Also jetzt die nächste Übung. Etwas Koordination. Das könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt. Ihr nehmt jetzt den Besenstiel, packt ihn an die Hüfte, geht schön in die Kniebeuge, geht dann hier an die Zehenspitzen, packt das Bein drüber. Ihr könnt dann die Hände nutzen, schön einstellen, dann das loslassen und dann drüber. Und das könnt ihr so lange machen, bis ihr es geschafft habt und ja, viel Spaß dabei! Vielen Dank!